Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema Body-Transformation. Es ist meine zweite, ich habe letztes Jahr schon mal eine gemacht, von Februar bis August. Da war aber der Fokus auf das Beheben von gesundheitlichen Problemen, die ich hatte mit meinem Rücken, Schultern und Knie. In dieser Body-Transformation geht es mehr um die Optik. Das heißt, ich habe letztes Jahr Blut geleckt, jetzt will ich die Figur weiter verbessern. Und das ist genau der Zwischenstand. Ich habe im Februar angefangen, am 10. Februar. Und bin jetzt seit drei Monaten in der Diät. Oder wie ist es besser, eine Transformation, weil die Diät immer so negativ behaftet ist. Und in diesem Video werdet ihr ein paar Fotos und ein paar Videos kurz aus Städte sehen. Bleibt dran! So, dann sind wir am Ende des Zwischenstands. Bei der Transformation 2, wie lange genau ich noch weitermache, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es noch vier Wochen sind. Es kann sein, dass es noch zwölf Wochen sind. Ich habe da kein zeitliches Limit oder kein zeitliches Ziel. Und was ich noch sagen wollte, wenn ihr etwas verändern wollt, wenn ihr eine Transformation machen wollt, egal ob ihr Körperfett reduzieren wollt, ob ihr Muskulatur aufbauen wollt, ob ihr gesünder werden wollt, egal was euer Ziel ist, macht euch klar, dass wenn ihr zu viele Ziele gleichzeitig habt, dass es schwer werden kann. Ich persönlich war das letzte Mal im Januar auf der Waage. Das heißt, ich gehe nicht wiegen. Das Einzige, was ich mache, ich messe jeden Sonntag meinen Bauchumfang um den Bauchnabel und einmal hier an der Taille, weil das ist für mich das Einzige, was für mich zählt. Hier will ich den Speck runterkriegen und ob ich 90 oder 95 oder 88 Kilo wiege, das ist für mich nicht wichtig. Wenn jemand Masse aufbauen will, dann wird er vielleicht seinen Bauch nicht so stark messen. Der muss dann eher sein Oberarm oder so. In diesem Sinne, macht euch klar, was ist euer Ziel. Fokussiert euch darauf, macht es auf natürliche Weise. Nehmt keine Hilfsmittelchen, sondern gesundes Essen, Schlafen, viel Trinken und dann läuft das auch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Transformation und wir sehen uns beim Endvideo, beim Endergebnis. Bis dahin, ciao. Endergebnis